hey freunde willkommen zu einem neuen video ja ich wurde hier auf eine party eingeladen von wie sagt man dazu ja freundin hätte ich dazu gesagt okay jetzt leute jetzt erlebe ich schon wieder abonnenten ich nehme direkt hier alles immer wieder direkt im anschluss auf und ich habe gerade im video hochgeladen jetzt wollen sie wieder eins und wie schon in folge drei oder vier gesagt dass ich dieses outfit anlassen werde ja wir können mittlerweile auch schon wieder das haus umziehen weil ich jetzt gerade eigentlich die ganze zeit damit überlegen bin weil entweder reinträglich schlau denn da haben wir erstens ja mal mehr internet und warum habe ich hier wieder eine zeitbegrenzung küssen wir jetzt hier einfach mal oh gott wir können sie um eine beziehung fragen Gott, ich, 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 hab's geklickt, oh Gott, ich, 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 oh Gott, ich glaub, das ist mein Fehler. War's ein Fehler? Sie, sie sagt einfach, ja, gut, ist mir egal, von nun an gehen wir aus, okay. Wenn du meinst, hier steht einfach mal Shop, ich rede mal einfach mal mit dem, ich hab hier keine Ahnung. Explosive Produkte, alter, die will ich haben. Wie war das? Was, dafür muss ich erst mit dem, och ne, komm. Danach tanze ich direkt mit der hier, sie will ja tanzen. Komm, Junge, mach Skram. Ja, ja, komm, Blasyschen, drei, hin oder her. Was, wir müssen noch mehr reden, oh nein, können wir hier wirklich keine einzige mehr davon. Das hier aber niemand tanzen will, das finde ich sehr scheiße. Ja, okay, jetzt haben wir es eh vorbei. Tanzen! Kommt, Preis bekommen. Ich, ich hab's ja gemacht. 29 Dollar. Ja, komm. Was geht's denn noch so? Was bietest du noch? Ja, komm, schieß los, was denn? Ich, ich sag auf, okay, aber es passiert nix. Ich, ich, ich geh einfach mal wieder zu meiner Freundin. Oh. Ich tanze einfach mal mit der, äh, Kailin. Hey, wie hab ich immer zu dir gesagt? Kailin oder irgendwie so. Aber die heißt ja anscheinend. Kailin. Okay. Ich bin doch gerade etwas durcheinander. Aber komm, ein bisschen tanzen kann man ja noch mit der. So, okay. Und jetzt, ich verschwinde. Und wisst ihr was? Ich werde es jetzt wirklich machen. Ich hole jetzt, ähm, das neue Haus. Also, ja, dieses Apartment. Ich geh mal kurz näher ans Mikro. Durch den Kalender meines Handys. Okay. Jetzt will er, dass ich ins Begleitungsgeschäft gehe. Buh. Und ich bin einfach so extrem müde. Ich nehme alles immer noch, wie gesagt, im Anschluss auf. Die sind einfach so schön, aber die kosten so extrem viel. Und wie gesagt, ich mache es jetzt. Warum kann ich mich umziehen? Ja, aber ich hatte auch die monatlichen Kosten. Hä? Da geht's nicht. Das ist ja scheiße. Oder musst du erst diese 50.000 Abonnenten knacken? Das wäre ja jetzt scheiße. Also, jetzt schätze ich jetzt so im offenen ganzen Sachen. Kleinen Moment. Ja, jetzt bis zu den 50.000 Abonnenten zu behalten. Das ist ja nicht wirklich reiner Schwachsinn. Aber nichts anderes bleibt mir ja übrig. Das müssen wir ja auch wirklich alles hart erspielen. Obwohl es nur irgendwie keinen Sinn macht. So, wir müssen mal ein neues Spiel aufnehmen. Können sein, dass es jetzt gerade bei euch ein Blackscreen war. Also, bei euch könnte es wirklich noch irgendwie sein, dass ihr nix seht. Das ist ein bisschen verbuggt. Äh, bitte eines Freundes. Gameplay. Jetzt, welch Konsole? Na, Honeyplay Studios 2. Ähm. Nein, werde ich nicht machen. Denn dafür muss ich erst mal die Konsole wieder kaufen. Und dann sind die später alle wieder so auf mich, weil ich es nicht machen kann. Und sonstiges. Bla, bla, bla. So, Leute. Also, ich werde jetzt schon heute die Folge nach 10 Minuten oder schon fast 10 Minuten mal früher beenden. Weil, ja, es wird jetzt einfach nur noch langweich. Ich werde jetzt ein bisschen versuchen, die Abonnenten wieder hochzubekommen. Ja, Videos machen, bla, bla. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ich ein bisschen offline ein bisschen weitergespielt habe. Und, äh, ja, dann sehen wir uns wirklich schon im nächsten Video. Tut mir leid, dass heute die Aufnahme, wie gesagt, ein bisschen kürzer ist. Und wir sehen uns dann. Haut rein. Ciao.